Richtig bewertet. Jetzt wird er pädagogisch tätig. Anton, Dabsoba. Guckt er sich das an. Da unten Arm in Arm, jetzt lassen beide los. Jetzt kommt Stille. Dabsoba versucht zu halten. Anton kommt zum Kopfball! Und macht das 1 zu 0. Waldemar Anton. Caruso, gute Arbeit geleistet. André... Filigrano! Robert Andrichs. Kann mit Spitzhacke und Schaufel, aber auch mit Nadel und Faden. Nürz ist aus dem Rennen. Und dann schiebt er den perfekt. Führig! 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 Irre! Chris Führig! Zweiter Fehler im Hin- und Rausspielen innerhalb kürzester Zeit. Vorhin Chaka, folgenlos. Jetzt Andrich. Du bist stolper. Gute Arbeit! Hermann! noon years old, war er 2min Jesús! Vierter Treffer im laufenden Wettbewerb. Und das Zuspiel von Wirz ist perfekt. Es ist aus der Kameraeinstellung kein Abseits. Wirz wird unter Ball und das Tor von Tarr. 90. Minute. Ist das der Treffer fürs Halbfinale? Wieder ganz spät. Weil sie es können und weil sie daran glauben. Und in dem Zusammenhang kann man nicht mehr von Dussel oder Zufall sprechen. Dass es Bayer Leverkusen ist, kein Abseits, wird's perfekt. Und jetzt ist Schluss. Bayer Leverkusen steht im Halbfinale des DfB-Bugans. Die Power zum Ende.